Leute, wir sind es wieder zu einer neuen Session The Last of Us, heute mit Philpatrick. Moin, zurück Leute. So, wir haben es eben angekündigt, wir sind ja jetzt schon für uns hier etwas länger dabei. Für euch natürlich eine neue Folge, ein neuer Tag. Oder ihr guckt es am Stück. Oder ihr guckt es einfach zwei, dreimal. Ist auch völlig okay. Empfehlen es euren Freunden. Ja, genau. So, wir sind zuletzt hier in dieser Lagerhalle hängen geblieben. Haben gerade ein bisschen aufgeräumt, oder Patrick hat hier ein bisschen aufgeräumt. Er hat versucht, er versucht noch in das Spiel reinzukommen. Nein, nein, nein. Jetzt weiß er auch, wie er nachgeht. Ja, genau. Nach-Läd. Nach-Läd. So, dann würde ich sagen, weiter geht's. Viel Spaß, Leute. Wir haben gerade ganz kurz in unserer kurzen Pause hier über das Thema Ungeziefer, Ameisen, Spinnen oder wie auch immer gesprochen. Also, es sei denn, ihr haltet das nicht für Ungeziefer. Ich weiß, sie haben alle ihre Seidensberechtigung. Da ist er. Aber ist dir mal aufgefallen, dass in dieser Welt nicht eine Spinne ist? Sie sind ein gebildeter Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. In der Folge vorher, die verscheinerten Ratten da waren. Classic. Man macht ja gerne Experimente mit Ratten für, ich sag mal, Medikamente oder auch... Wie nennt das sich das andere? Das, was du dir jeden Morgen ins Gesicht schmierst, Make-up. Solche Geschichten. Da macht man ja Experimente mit Ratten, weil die uns ja gar nicht so unähnlich sind von der ganzen Physiologie her. In der Zukunft ist das anders. Wenn das Virus Ratten befällt, dann versteinern die quasi. Sie verfaulen aber auch nicht. Also, es setzt jetzt keinen Verwesungsprozess ein, sondern sie sind einfach nicht ausgestopft. So, ich würde sagen, bevor Philipp jetzt noch von Gliedschatten und Nippelstift anfängt zu sprechen, legen wir einfach mal los. Wenn ihr wollt, machen wir das in der nächsten Folge. Sagt einfach Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Ich habe wunderbare Storys dazu. Karl? Es ist aber auch nicht schön, dass die Klinge geflügt mit dem Hals einfach abbricht. Nee. Das geht halt nur einmal. Okay, mittlerweile fühlt sich das an, als wenn wir in Boston Harbor angekommen sind. Mann, wie viel Messer liegen denn hier oben? Findest du auch schön, dass er so eine Art Batman-Instinkt hat? Ja, ich bin Batman. Musst du da jetzt genau kennen? Mann, wenn ich dir so einen falschen Container stehen geblieben habe. Ich habe leider auch keinen Stein, um das zu werfen. Da haben wir doch gerade einen Stein eingeblendet. Da händerte, der liegt da doch. Er leuchtet sogar. Ich muss mal aufgefahren, dass das wie so ein Standard-Klemmbaustein aussieht. Ist das so, dass der andere Begriff mit vier Buchstaben ein eingetragenes Magenzeichen ist? Du darfst diese Steine nicht einfach so nennen, sondern es sind Klemmbausteine. Gibt es auch übrigens von anderen Anbietern. Okay. Na, da bin ich jetzt gespannt. Ach, du Sch... Der klopft der Stein natürlich. Das war schon ziemlich geschallert, das Thema ist, ja... Das sind so Sachen, wie jeder Mensch im Umkreis von mindestens 30 Meter gehört hat. Ach, Tess, hat der Helden schon aufgewandt? Ich bin immer wieder erstaunt. Ja, es ist am Ende ein Videospiel, aber wie kurz die Aufmerksamkeitsspanne von... Wie er ist, ne? KI-Kameraden. Also bist du auf, dass du den Stein zerbrochen hast? War das gar nicht mal so? Oha. Hast du Coal auf dem Rücken? Ja, ich würd' sagen, so 60% Leben? Lohnt sich das schon, wie die Kinder? Wissen wir, wie viel das eigentlich heilt? Ja. Bisschen mehr als ein Viertel. Oder ein Drittel ist das, ey. Nein, das ist ja jetzt voll. Das ist ja unser voller Lebensball, den wir jetzt haben. Okay, was machen die dann? Hey, Alter, hast du was gesehen? Ne, ich hab nichts gesehen. Siehst du was? Selbst das Dealen in der Zukunft muss heimlich passieren. Das ist so meine Vermutung, was da gerade passiert. Ich find's auch mal schön, wenn die Leute so miteinander reden, so über die Schulter, ne? Nicht... Ja, okay. Also der Schuss von Tessa gab es so aus, als wenn er durchdicht durchgeschossen hätte. Latten-Durchschuss, um ihn zu erledigen. Latten? Hagen? Ja. Sag mal, was ist denn mit mir los? Also lautlos hat er bis jetzt beim ersten geklappt. Oh ja, ist das so ein Mega-Fail hier. Robert ist bestimmt da drin. Ja, ja, Robert kämpft da und wartet auf uns. Er hat noch... Er schlüpft kurz in sein Mac. Okay, also auch wenn wir jetzt lautlos in dieses Büro eingedrungen sind, und ab jetzt weiß dann noch jeder im Büro, dass wir da haben. Ich hab schon mal Hallo gesagt. Ich teste jetzt auch da. Zurück, zurück, Statt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Haut ab! Oh ja, es gibt Gehackengas. Robert! So, hier lang! Wo? Was? Ja, ähm, oh Gott! Robert! Wo die denn? Wir haben ihn gleich! Höchst Fenster! Wenn man in seiner eigenen Hood die Türen verschlossen hat, ne? Da ist er. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Verdammt! Ach, dich vermisst du. Jetzt kann sie eh mal rumkommandieren. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur sagen... Die Waffen! Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... Es ist kompliziert. Okay? Hör zu! Lass mich einfach rausreden, okay? Ah! Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern! Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauch einfach nur mehr Zeit. Gib mir ne Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Aber schon so war das doch gar nicht. Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Ah! Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Spiralfaktor? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu! Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen. Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Klar, du willst nur noch mit der Nichtnahme. Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist ne Scheißidee. Also Tess möchtest du auch nicht zur Feinern haben, ey. Und was jetzt? Ich auch nicht als Frau Freundin. Komm mal hier da hin rum. Wie erklär es ihnen? Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Green Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Red? Fleisch. Fleischwunde. Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft. Ich hab sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Naja, aber es sind nicht deine Waffen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr habt alles. Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Glutewarners. Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Für eine Schusswurfe macht sie das aber relativ entspannt. Ja, ja. Also. Das ist ein bisschen wie ein Zirkeltraining. Genau. Parcours laufen. Gar kein Problem. No problem, Junge. Machen wir. Ja, ich denke, sie hat Aua. Aber dafür ist sie echt flott. Sieht aber schon geil aus. Scheiße. Scheiße. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Rebelein gerade um die Firefly-Stick ist gerade mal gar nicht so gut. Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. So, wir brauchen ein bisschen Stuff hier. Und deine Taschenlampe an. Sammle Teil, um deine Waffen zu verbessern. Na gut. Hier wären bestimmt coole Sachen drin, aber leider. Joel, hilf mir doch mal. Was auch immer du mit deiner 9mm und einer Schere anfängst. Im zweiten Fall fragen wir bei MacGyver nach. Also, da finden wir schon eine Lösung. Scheiße Taschenmitte. Ja, nur schiebt doch noch weiter. Reicht doch. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Sie macht den Marathon auf. Gar kein Problem. Ich wollte euch da vorne mal. Moment, Soldaten. Da geht's raus. Die Tür unter der Brücke. Kurze Frage an die Zuschauer. Lautlos. Oder lieber Action-Modus. Ja, hänge nach. Du kannst sie auch mit deiner Verschnappe blenden. Ja. Ja. Mit weg, ja. Die Tür unter der Brücke. Big Steel Carpet. Die Frage ist, welche du jetzt nimmst, aber das hatten wir schon mal das Thema. Ich würde da jetzt rüberjumpen und den Typ hier in der Tür platt machen. Das sind euch verwirrte Seelen da draußen, die jetzt wirklich geglaubt haben, dass das hier lautlos passiert. Guter Versuch. Der soll noch mal Zeit für Medikirte, würde ich mal sagen. Kommt schon wieder einer. Oh, das heilt dich tatsächlich vor Medikirte, das ist cool. Das war ein schöner Schuss. Naja. Wenn man davon sprechen kann. Naja. Es ist immer... Ein bisschen falsch fühlt es sich immer an. Naja, es ist ein Videospiel. Vielleicht hat er ja auch virtuelle Kinder und eine Frau. Ja. Jack! Jack! Jack kommt heute nicht nach Hause. Mann. Ich will den dummen Stein nicht. Ich will den dummen Stein nicht. So, ich will jetzt mal irgendwie gucken, aber... Der gute alte Stein. Ich stehe ja noch Papier. Guck mal. Wer es kennt, gibt einen Daumen hoch. Oder alle anderen auch. Gottverdammt, das ist Warren. Sieht aus wie eine Hinrichtung, würde ich sagen, oder? Wir sollten los mal lehnen. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Das sieht schon schick aus, ne? Ja, stimmt. Ja, wie gesagt, für das Alter des Spiels, muss ich sagen... ...gefällt es mir immer noch richtig gut. Das Einzige, was mich irgendwie ein bisschen nervt, ist... ...ist das mit dem Messer. Wie wähle ich das aus? Im Nahkampf-Dreieck? Also wenn du... Ja, habe ich die ganze Zeit gedrift, aber... Okay. Dann hat er immer nur... Naja, gar nicht. Die Options müsstest du dir das für Trudel eigentlich nochmal anschauen können, weil das hat er zumindest eingeblendet, dass wir das erste Messer aufgesammelt haben, aber hey. Aber hey, eigentlich ist alles okay. Bisschen, bisschen Zuwaltseffekt muss auch dabei sein. Herrlich. Verranzter Hafen. Achso. Auf einmal alle panisch. Ja. Auch fliegen vor der Tür gewalt oder auch immer. Es war auch... ...leise. Ne? Sicher? Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Das ist doch kein Wunder, so wie du läufst. Ausruhen kannst du auch noch, wenn du tot bist, ja. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung. Die Sperrstunde trittiert in Kraft. Mist. Änderung. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird behaftet und verurteilt. Ja? Hast du die... ...Markise oder was auch immer, dass da dieses Vodach gesehen? Ich hatte gerade kurz Angst. ... ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird. ... durch behaftet und verurteilt. Du musst jetzt auch nach Hause gehen. Ja, wir gehen ja jetzt auch. Aber apropos, sie ist ganz schön außer Kraft. Leute, wir streamen hier aus dem wunderschönen Hamburg. Heute waren einfach mal fast 30 Grad. Da muss man zufälligerweise sagen, der Sommer war bis jetzt relativ bescheiden. Hey, hey, hey. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Ernst bleiben. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst? Wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe. Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu. Bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß wahre, Joel. Keine Diskussion. Alles wird okay hier. Jetzt geh mit ihm. Die ersten Befehle von Joel an Tess. Ja, jetzt haben wir Ellie kennengelernt. Die zweite große Charakter in dem Spiel. Was war los? Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Gut, dann kommen wir hier. Wie leid. Was hast du? Haben wir jetzt eine neue Begleiterin? Ja. Mal schauen, ob Ellie auch so tatkräftig dabei ist wie die gute Tess. Das ist doch zu hier, oder? Nein, er ist auch nicht. Er hat abgesperrt. Er hat gesperrt. Hey, was machst du denn da auf dem Fahndungsfoto? Klingt früher. Was? Klingt früher. Ja, ja. Hier runter. Wollen wir mal ein bisschen Lärm machen? Entschuldigung. Es war sie. Ich war das gar nicht, hast du gedacht? Vielleicht waren es auch ausgestopfte Ratten. Los, mach ihn. Ja, doch. Die Unterschrift von gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten. Die Tod war es ab. Die Gastfreundschaft war auch schon mal größer geschrieben, würde ich auch sagen. Straße oder Gasse hinten? Hinterhof. Hinterhof. Schwimmbad. Das ist ein Poolbäger-Tisch. Nee, doch nicht. Sag mal so ein bisschen drauf. Jetzt kann ich nicht aufgepassen, wo wir hin wissen. Das ist ein guter Nato-Stacheldart. Vielleicht auch da, wo sie steht. Die Dame ist nur hoch. Das sind schon genauso geile Ansagen wie von Tess. Wie ist den, ich den? Ohne Bewegung. Die Dame ist nur hoch. Ich glaube, du musst springen. Hallo, dreh dich auf, springen. Los, springen. Hörst du dich? Das ist okay, sprich auch mal mit dir. Schleich dich an, sie an. Los, los, laut, los. Los, okay, tu was. Mal so ganz doof, Videospiel-Logik gedacht. Vielleicht steht die Tonne schon fast richtig, ne? Ja, aber vielleicht muss sie quer ran. Weißt du, so anders, aber aus Richtung so 90 Grad gedreht. Ist schon richtig. Ach so. Kann sich schon gar nicht mehr wegbewegen. Auch stark, okay. Bis hier und nicht weiter. Ach, jetzt kommt sie endlich. Sie musste da, sie musste nur ein bisschen gescheucht werden von mir. Jetzt musst du sie hochbruchten. Oder sie dich. Ja. Tu was. Los. Wie bist denn du auf die Mülltonne? Damit. Ähm, be-be. Mit dem Messer? Kannst du einfach deine Zellen an? Ganz einfach. Mit X. Mit X hat noch niemals etwas Bedeutendes markiert. Äh, wie kommt sie, wie kann sie das gemacht? Ich hab doch eben noch gefragt, ob sie so cool ist wie Tess. Und ich glaube, Ellie ist noch cooler. Komm. Dann entschreiß ich sie doch mal ein bisschen. Herr Tunnel, schmuggelt ihr Sachen hier durch? Ja. 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 Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Firefly. Wie alt bist du? Zwölf? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin vierzehn. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Na toll. Ein Scheiß. Ob wir ihm das glauben sollen? Ich weiß es nicht. Er hat vielleicht nicht ganz ohne Grund gefragt, wie alt sie ist. Das Thema Zwölf. Wir erinnern uns an die erste Folge, als die liebe Sarah hier leben gelassen hat. Seines, oder ihres Zeichens, Joels Tochter. Sie war zu diesem Vorfall exakt zwölf Jahre alt. Genau. Also ob da noch andere Hintergründe hinter Joel stecken und ob er wirklich so kalt ist, wie er das jetzt hier gerade tut, was sie in den letzten 20 Jahren angetan haben, das erfahren wir beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, The Last of Us. The Last of Us. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis demnächst. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.